Hallo zusammen, hier ist wieder heute Laren und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal die ganzen Druid-Gestalten, die neu dazugekommen sind, aus Patch 10.2 anschauen. Und ich würde sagen, als allererstes sind wir jetzt hier einmal beim Barbier, gucken uns die Gestalten einmal an und im Nachgang will ich euch dann zeigen, wie wir uns die alle holen können. Die meisten können wir uns nämlich im neuen Gebiet holen. Ich habe mir da schon einmal das neueste Handy-Notes für geholt und da seht ihr, gibt es einige zu besorgen. Ein paar habe ich schon geholt tatsächlich, die werde ich euch aber trotzdem dann auch einmal zeigen. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, also ihr seht, das sind schon einige, würde ich sagen, schauen wir jetzt erstmal, wie die Dinger aussehen. Dazu bin ich jetzt hier in SW, einmal beim Barbier und ja, das ist hier auf den Koordinaten 61, 64, aber das könnte auch ein OG als Hordler machen, beziehungsweise ein Dalaran ist meine ich auch einer. Und dort können wir uns das Ganze jetzt mal anschauen. Also neben der Gestaltung unseres Charakters haben wir ja hier auch die verschiedenen Gestalten. Und wenn wir jetzt hier mal reingehen, zum Beispiel in den Bären, haben wir mittlerweile relativ viele. Ich blätter die jetzt mal so durch. Die neuen sind hier hinten, aber die alten blätter ich auch mal durch für die Leute, die hier noch gar nicht waren, um einfach so ein bisschen zu sehen, was es alles an Gestalten gibt. Übrigens, einige von den Gestalten, die ihr hier seht, sind von den Artefaktwaffen, die man in Legion holen konnte. Und so gut wie alle Skins könnt ihr noch kriegen, bis auf diese hier. Diese nämlich vom Mage Tower und die kriegt ihr leider nicht mehr, also diese vier Wehrbärengestalten. Was ihr noch kriegen könnt, ist die neue hier. Die ist nämlich einmal vom neuen Mage Tower, der in Shadowlands reinkam und der ist immer noch aktiv. Also da könnt ihr tatsächlich diese Gestalten noch kriegen. Gut, das sind jetzt soweit die alten. Jetzt gehen wir zu den neuen. Es gibt hier den Runenbär, den gibt es von einem Boss, Aurustor, der Winterschläfer. Der ist aktuell noch nicht aktiv, das müsste der World Boss sein in dem Gebiet. Also den können wir uns leider noch nicht holen. Und dann gibt es jetzt hier noch ein paar Borstenpets, schimpfen sich die. Es gibt einmal den in grün, dann Aschenfarben, dann haben wir hier den in braun, in weiß und in schwarz. Wir können das mal auch auswählen, einen habe ich auch schon. Also es gibt quasi die Version, die hat so einen Munkinkopf und dann gibt es halt die andere, die so ein bisschen einen lieblichen Bärenkopf hat, würde ich mal sagen, mit so ein bisschen Laub drin. Sehen ganz cool aus auf jeden Fall. Dann schauen wir weiter zu den Katzengestalten. Auch hier ist es so, dass es viele alte Katzengestalten gibt. Einige wie die hier, warte mal, drehen wir es jetzt mal ein bisschen seitlich. Wie die hier, die sind natürlich alle aus der Order Hall. Auch die können wir uns tatsächlich alle noch komplett holen. Außer die paar, die ihr jetzt gerade gesehen habt, das müssten die hier sein, genau diese farbigen, die waren aus dem Mage Tower, aus dem alten. Da gibt es aber leider keine neue wieder aufgelegte Version, was ich ein bisschen schade finde. Dann, was auch neu dazu gekommen ist, ist die Druide der Flamme Version. Die gab es früher zwar auch schon mal, aber die hat ein HD-Upgrade gekriegt. Also die konntet ihr euch ja schon lange in den Feuerlanden holen, beim vorletzten Boss, bei dem Maiodomos. Und die hat jetzt einfach ein cooleres Aussehen, ne? Dieses alte sah schon ein bisschen klumpig aus, tatsächlich. Und die neuen Gestalten sind jetzt hier diese Traumsäbel. Dann gibt es einmal in blau, dann einmal in violett und einmal in grün. Die gibt es übrigens auch als Mount zu holen. Ja, heißt, ihr könnt dann quasi die Dinger als normales Mount reiten und als Druid dann quasi noch als Katzengestalt haben. Dann gehen wir weiter in den nächsten Tab, und zwar in den Eulen-Tab. Hier gibt es nicht viel auszuwählen, zumindest scheint es erstmal so. Es gibt keine und Classic. Und wenn ihr auf keine geht, habt ihr sehr viele Farbvarianten. Und das Schöne ist, so wie das aussieht, bis auf eine einzige Ausnahme, kriegt ihr alle Sachen hier schon, ohne dass ihr irgendwas auswählt. Also ihr könnt die Farben quasi hier auswählen, bis auf diese Feuerrote. Das scheint dann irgendwas, glaube ich, im Raid zu sein, dass wir das erst holen können. Und sonst die anderen Farben könnt ihr schon auswählen. Also dieses Blau, das Grün und das Braun. Rot leider aktuell noch nicht. Und dann auch alle anderen Optionen sind frei verfügbar. Also wir haben hier hohes Hirschgeweih, niedriges Hirschgeweih. Dann haben wir groß und hoch, was schon mächtig aussieht. Dann haben wir gekrümmt. Das hat so ein bisschen Night Fee-Touch, muss ich sagen. So wie die Winterkönigin. Dann haben wir den Wirbel. Und dann haben wir hier groß und niedrig, was auch ganz cool aussieht. Ich muss mal überlegen. Ah, ich finde das fast am... oder? Ja, doch. Ich finde die Grundversion am besten. Dann haben wir den Schnabel. Da haben wir die Papageiauswahl. Dann haben wir Mittel. Dann haben wir Raubvogel. Und, äh... Was ist denn das? Das sieht eigentlich jetzt auch nicht viel anders. Sittig. Hm, ich glaube, ich mache den Raubvogel rein. Ich bin Raubvogel-Fan. So, dann haben wir Horn- und Schnabelfarbe. Die können wir auch ändern. Von dem Grau und hellbräunlich. Hier in den dunkleren Schwarz. Und das ist ein bisschen... Hat ein bisschen einen Gelbstich. Einen Graustich. Okay, das ist wirklich Papagei-Style. Das ist knallig-gelb. Und das sieht irgendwie ein bisschen krank aus. Ich kann gerade überlegen. Ich glaube, das Schwarz würde sehr gut dazu passen. Wisst ihr, was ich meine? Boah, das kann man ja leider aktuell da nicht mitnehmen. Jetzt bedanke ich mich kurz fürs Subscriben. Danke dir an der Stelle. So, dann müssen wir jetzt noch gucken. Warte mal. Tun wir das wieder umstellen? Nehmen wir mal das Papagei-Style-mäßige. Dann haben wir Augenbrauen. Können wir natürlich keine auswählen. Dann haben wir Mittel, Lang und Gerade. Dann Schmal und Herabhängend. Dann haben wir Kurz und Gerade. Lang und Herabhängend. Das ist sehr kurz. Und dann haben wir Lang und Gerade. Jetzt bin ich mir überlegen, was finde ich gut. Ich glaube, das sieht irgendwie weise aus, wenn die so herabhängen. Komm, das machen wir mal. Dann haben wir Schnurrhaare. Da haben wir hier die Grundform. Lang und Herabhängend. Dann haben wir Geflochten. Dünn. Dick und Herabhängend. Und Majestätisch. Und wir nehmen auf jeden Fall Majestätisch. Und dann haben wir noch Federn. Da haben wir am Anfang keine. Das ist, glaube ich, hier seitlich, meine ich. Dann Standard. Lang und Kurz. Komm, wir nehmen mal Lang. Sieht ja ziemlich nice aus. Und ich bin mir überlegen, ob ich die Farbe noch ändere. Macht natürlich auch was her. Komm, ich glaube, ich nehme den braunen. Der sieht noch ein bisschen cooler aus. So, und dann können wir natürlich auch das Gesicht noch ein bisschen, beziehungsweise nicht das Gesicht, sondern hier halt in der Gesichtspartie noch ein bisschen was verändern, weil viel Gesicht sehen wir jetzt nicht mehr. Wir haben Dekoration. Da haben wir keine. Dann haben wir Standard, was ich schon ganz cool finde. Edelstein. Dann haben wir Runenfedern, Blätter und Kordel. Ich finde, glaube ich, Standard fast am besten. Kordel ist auch nicht schlecht. Das Standard finde ich cool. Und wenn wir das auswählen, dann können wir die Farbe noch ändern. Wir können sie quasi hier lila und bläulich machen. Bräunlich, grün und lila. Und dann haben wir hier noch so ein rötliches. Ich bin am überlegen. Ich glaube, das finde ich am besten. Die eine Version muss man wieder freispielen. Das ist diese Version mit diesem roten Flammen, mit der roten Flammenäule. Nehmen wir die Standardversion. Und dann haben wir noch Effekte. Keine. Dann haben wir Mond. Und, uh, das ist Mond. Dann haben wir Wirbel, Sternlicht und Körper. Dann können wir auch noch die Effektfarbe ändern. Ihr seht, das ist wieder dieses Flammending. Das können wir leider nicht auswählen. Das können wir in Blau wählen, in Orange, in Bläulich, aber das scheint eher lila zu sein. Dann haben wir hier ein Hellblau und ein Gelb. Das bin ich gerade am überlegen. Orange ist cool. Vor allem die Flügel sind dann auch so, ne? Seht ihr das? Blau. Ah, ich bin am überlegen. Das lila fand ich gar nicht schlecht. Das ist natürlich die coolste Form, ne? Aber dafür müsst ihr natürlich die Voraussetzungen erfüllen. Nimm das Orange. Das ist das zweitcoolste. So, das nehmen wir jetzt mal kurz an. Dann können wir mal die Eule rausholen. Dann müssen wir ein bisschen raus. Also, das sieht natürlich schon richtig nice aus. Hat was. Klar, die Waffe passt jetzt nicht dazu, aber macht was her, ne? Und wenn wir jetzt hier diese Flammenform nehmen, das ist natürlich dann noch ein bisschen cooler, aber wie gesagt, die müssen wir erst freischalten. Dann schauen wir uns noch die anderen Formen an. Und zwar haben wir natürlich auch neue Flugformen. Wir gehen jetzt wieder die alten durch, ne? So ein bisschen auf die Schnelle. Die sind natürlich die Standardformen beziehungsweise hier aus der Order Hall. Und dann haben wir jetzt hier einige Formen. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Die sind nämlich aus Shadowlands. Alle über Glyphen herstellbar. Vielleicht hat der ein oder andere Shadowlands nicht so aktiv gespielt. Das könnt ihr euch im Auktionshaus kaufen oder mit eurem eigenen Inschriftenkundler herstellen. Sind schon ganz coole. Ich sehe so gut wie nie eine Fledermaus rumfliegen, aber die gibt es tatsächlich auch. Und die neuen Formen ist einmal hier diese Feuereule. Die kriegt man natürlich aus dem Raid. Sieht genauso aus wie das Mythic Raid Mount. Dann hatten wir die gleiche nochmal in Hell. Die habe ich schon freigeschalten. Das war glaube ich eine Sidequest. Da werden wir aber nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Und dann haben wir nochmal so quasi zwischen den beiden zwischen Feuer und ja hier können wir komplett weißen haben wir dann noch so eine Mischung. Ein bisschen weiß, ein bisschen schwarz, ein bisschen rote Elemente drin. Sieht auch relativ cool aus. Genau. Ich bin jetzt zu überlegen, ich könnte komm wir nehmen mal die weiße. Die tun wir jetzt hier mal festlegen. Dann schauen wir uns die Schwimmgestalten an. Na klar, der Seelöwe, der Standard, den Orca, Delfin und der Wellenspringer. Das sind alles drei, die man schon kriegen konnte. Die gibt es einfach über Glyphen, soweit ich das noch auf dem Schirm habe. Und es gibt eine neue und zwar hier diesen Karpfen. Warte mal, drehen wir es mal ein bisschen. Das kennen wir ja schon und schwarz ist der schon mal als Mount im Shop erschienen und jetzt hat man den ohne Aufbau quasi als Schwimmgestalt. und das Ding sieht ziemlich cool aus. Sobald ich das freigeschalten habe, werde ich das definitiv hernehmen als Schwimmgestalt. Solange lassen wir aber noch den Wellenspringer drin. Und auch die Reisegestalten haben sich ein bisschen geändert. Wir haben natürlich die Standardteile und dann, wie ihr seht, hier auch ein paar aus Shadowlands, die es mit Glyphen gab. Und das sind hier schon die neuen und zwar Traumkralle, die man ja auch als Mount kriegen kann. Da habe ich schon das ein oder andere Mount und hier gibt es natürlich verschiedene Farbvarianten. Einmal hier Schwarz-Violett, dann haben wir hier Blau, die habe ich schon. Ich würde sagen, die nehmen wir direkt gleich rein. Dann haben wir Rot-Grün, die sieht tatsächlich ein Stück cooler aus und dann gibt es Violett-Blau. Ah, ich nehme Violett-Blau, die ich schon freigeschalten habe. Dann haben wir noch Weiß und Grün und dann haben wir noch Hirsche, die können wir so in der Art auch als Mount reiten. Und da haben wir einmal Grün, Golden, uh, der sieht schon ziemlich fancy aus mit diesem Glitz oder Glow, würde ich besser sagen, was der da so drauf hat. Und dann haben wir noch den Aschenfarbenen, der macht tatsächlich auch was her. Aber alle diese Dinge habe ich noch nicht freigeschalten und ich würde sagen, da sind wir jetzt durch mit den ganzen Gestalten und, ja, können loslegen, die uns zu besorgen. Und dafür werden wir jetzt einmal erst mal in den Smack-Grün-Traum abdüsen, denn da können wir uns die meisten tatsächlich holen. Dann sind wir in der neuen Zone angelangt und zwar schauen wir uns gleich die erste Gestalt an, die ich mit dem Dritz schon freigeschalten habe. Das ist hier diese Weiße Eule, das schimpft sich Feder der Freundschaft und die Quest bekommt ihr hier unten bei den Koordinaten 3, äh, 34, 69 und das ist eine kleine Questreihe für Dritz, die heißt die Antwort, die ihr verdient. Und ich meine, ich habe erst die Kampagne auf 4 von 7 gespielt und habe dann hier in dem Main-Lager eine Quest bekommen, dass ich quasi hier hintergehen muss und da während der Questreihe gab es dann einmal dieses Item, also einfach ein bisschen durchquesten. So, dann kommen wir zu den nächsten 3 Rezepten und zwar können wir die Wändern über eine Händlerin bekommen oder über die Samen. Ich bin jetzt gerade bei der Silvia Flüsterblüte, die steht einmal hier oben auf den Koordinaten 59, 16 und wenn ihr das Lager schon so weit freigeschalten habt, steht die auch im Lager hier unten etwa bei 50, 61. Und bei ihr ist es so, dass die alles verkauft, was wir auch über diese Samen hier rauskriegen können. Es gibt ja grüne, blaue und epische Samen, die ihr einpflanzen könnt und es gibt drei quasi von diesen Rezepten, die wir dementsprechend über die Samen oder halt über die Händlerin bekommen können. Und alle drei habe ich schon, einmal mal der verschneiten Umberklaue, das ist eine Bärngestalt, das ist die eine Bärngestalt, die ich schon hatte und dann hatte ich auch zwei Reisegestalten schon und das ist einmal mal der Aurora Traumkralle und mal der Boral Traumkralle. Genau, also diese drei Rezepte, die kriegt ihr wenn dann bei ihr hier, da wird aber nur das angezeigt, was ihr noch braucht, alles was ihr schon habt, wird nicht mehr angezeigt, außer das eine Mount, das scheint bei mir rumzubacken, aber sind ja quasi alle nicht gesammelt. Aus diesen Samen läuft es quasi so, wenn ihr das nicht kaufen wollt, sondern aus den Samen rausfarmen wollt, aus den grünen kriegt ihr eigentlich nur T-Mock, aus den blauen kriegt ihr hauptsächlich Pets und Rezepte, da können nämlich unter anderem dann auch alle drei Manuskripte drin sein oder halt Rezepte, je nachdem wie man zu diesen Druid-Dingern sagen möchte und aus den epischen sind halt die Mounts drin. Auf WIW hat habe ich gelesen, dass manche auch diese Druid-Pläne aus den epischen rausbekommen haben, aber bei den blauen kommen die auf jeden Fall auch mit raus. Also da einfach ein paar einpflanzen, das funktioniert folgendermaßen, ihr braucht quasi so einen Samen, geht zu so einer Samenfülle, setzt den ein, haut am besten noch ein bisschen was von den Tautropfen drauf und dann wartet ihr drei Minuten und kriegt das raus. Ihr könnt das so lang machen, wie ihr Samen habt und die farmt ihr eigentlich hier in der ganzen Zone. Was empfehlenswert ist, ist die Superblüte, da kriegt ihr relativ gut was, wenn ihr hier immer mit den Mobs mitlauft und dementsprechend dann die ganzen Viecher lootet. Genau, darüber könnt ihr alle drei Dinge einherholen, wenn ihr das bei ihr kaufen wollt, dann braucht ihr eine Ressource, die heißt Saatblüte und die könnt ihr pro Char einmal die Woche kriegen, indem ihr die Weekly-Quests von der Superblüte abschließt. Da gibt es so eine Triade, ihr könnt das direkt annehmen und wenn ihr das quasi abgeschlossen habt, kriegt ihr eine Marke. In der ersten Woche war es am Anfang Buggy, da habt ihr diese Marke nicht gekriegt, die habt ihr bestimmt, wie ich auch, dann in der Post einfach dabei gehabt, aber darüber könnt ihr die bekommen, könnt ihr natürlich auch mit jedem Twink machen und darüber dann alles bei der Händlerin kaufen, wenn ihr keine Lust habt, das mit den Samen zu machen. Genau. Gut, dann gucken wir weiter zu dem nächsten. Dann holen wir uns als nächstes die Vorlage für die mondgesegnete Clown und das fängt an hier auf den Koordinaten 55, 25 und dort können wir jetzt uns ein Item looten. Also, da haben wir quasi auch immer eine kleine Worldquest, die wir erledigen können, wo wir hier so ein kleines Spielchen abhalten können, wo wir Tränke und so und was zusammen mischen, ist jetzt aber für das Ganze wurscht. Wir looten einmal kleine Schachtel mit Fiolen und da müssten wir jetzt, wenn wir die öffnen, sechs Fiolen rauskriegen. Genau, da sind die und diese leeren Fiolen, die müssen wir jetzt auffüllen und wo das ist, will ich jetzt euch gleich mal zeigen. So, was ich euch als Tipp schon mal geben kann, wir haben ja als Dridden die Traumwandlung, wenn ihr in Legion eine Artefaktwaffe freigespalten habt, dann habt ihr das, das werdet ihr auch benötigen, denn wir müssen jetzt einmal in die Order Hall und da unsere erste Fiole auffüllen und die weitergehenden Fiole sind auch zum Teil zumindest über das Portalnetzwerk erreichbar, dementsprechend macht das schon mal Sinn, wenn ihr mit eurem, oder zumindest mit einem Schar das freigeschalten habt. So, okay, das bugt jetzt schon mal. So, nach dem Reloggen müsste es funktionieren, also die Fiolen gehen immer nur an einem Ort, wenn ihr die alle durchklickt, die letzte ist es natürlich hier, also B könnt ihr quasi hier in der Ordenshalle verwenden, das ist jetzt hier oben, einmal, ne, ist es einmal die verhärte Küste, dann Walchara und dann hier oben in der Ordenshalle auf den Koordinaten 35, 24 und damit haben wir jetzt schon mal die erste. So, das nächste haben wir, wenn wir quasi in unserem Portraum sind, hier, wenn wir einmal zur Mondlichtung hochlaufen, also das obere Portal, dann kommen wir nämlich direkt dort raus, wo wir hinwollen und da können wir nämlich dann dementsprechend die nächste Fiole auffüllen. Also hier haben wir den Mondbrunnen in der Mondlichtung, jetzt probieren wir wieder rum, ne, 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 da ist die erste ist es, dann haben wir die zweite, also das ist hier unten bei den Koordinaten 67, 60. So, dann sind wir zum Dämmerwald als nächstes gegangen, auch wieder über das Portal und da haben wir quasi hier hinten gleich den Mondbrunnen auf den Koordinaten 49, 33 und auch hier können wir dann wieder rumprobieren, ah, direkt diesmal das erste und dann haben wir auch schon drei. Der nächste Spot befindet sich dann einmal in Norden und zwar in der Drachenöde und hier sind wir jetzt auf den Koordinaten 29, 55 und dort können wir die nächste Fiole einsetzen, welche ist es? Ah, die hier in der Mitte. Dann sind wir als nächstes in dem Schattenmondtal und zwar in dem in Draenor und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 29, 24 als Allianzler kann man sich schnell in seine Garnision porten, da ist man eigentlich am zügigsten dran und hier setzen wir jetzt auch wieder eine von den Fiolen ein, die hier und jetzt haben wir noch eine über. Dann sind wir am letzten Mondbrunnen und zwar einmal jetzt in Burning Crusade also in der Scherbenwelt und dann in Wälder von Terrorcar auf den Koordinaten 45, 23 und dort setzen wir unsere letzte Fiole ein und dann können wir sie alle kombinieren also wenn wir einmal draufklicken und dann haben wir jetzt hier gebildetes Mondlicht und mit dem Item gehen wir jetzt zurück in den Smaraggrün Traum dann sind wir zurück im Smaraggrün Traum und hier ist es jetzt so dass wir hier auf den Koordinaten 41, 66 sind und hier müssten wir das Item jetzt einsetzen können also ich stehe jetzt hier auf diesem Felsen drauf jetzt gucken wir mal wilder Traumstein also hier scheint es nicht zu gehen ah der ist dahinter ok also hier muss es gehen seht ihr das das ist dieser kleine Stein da da können wir es einsetzen und sobald wir dann den Lichtbeam drauf haben können wir es auch anklicken und da gibt es dann unsere Gestalt mit der Anpassung also mondgesegnete Klaue die setzt mal ein und dann können wir die beim Friseur quasi auch einmal ändern dann sind wir am nächsten Spot das sollte in der Theorie ein bisschen einfacher sein in der Praxis werdet ihr gleich sehen ist es ein bisschen tricky wir sind einmal hier auf den Koordinaten 63, 39 am Fuß des Baumes und dort soll es einmal die Verwandlung Pollen erfüllte Probe eines Boston Pets Pelzes geben die ist aber bei mir jetzt nicht da ich kann hier nur so ein Führer Ding einklicken mir wurde gesagt dass man das über Partysink kriegen kann wenn man nämlich hier schon gequestet hat dann sieht es leider ein wenig schlecht aus deswegen mache ich jetzt Partysink mit einem Charakter auf meinem 2. Account an der das hier noch nicht gequestet hat und ihr seht das Ding ist da ist halt von Blizzard wieder blöd gemacht heißt wenn ihr auch hier schon gequestet habt und es nicht seht müsst ihr euch irgendwen schnappen der da quasi noch nicht gequestet hat dass er das Ding seht bisschen blöd gemacht gut das können wir jetzt einmal einsetzen und das schaltet Gestalt Aschen Borsten Pads als Anpassungsoption frei ok das machen wir jetzt mal wunderbar dann haben wir das auch und können einmal weiter dann sind wir auf nächsten Spot und zwar wollen wir uns jetzt einmal holen hier mal der schlafenden Schlummeräule und dafür brauchen wir verschiedene Materialien als allererstes brauchen wir fünfmal weiche Schlummeräulen Feder und die kriegen wir indem wir einmal was skillen und zwar müssen wir hier überwintern skillen und mit diesem überwintern können wir jetzt hier quasi Eulen zum schlafen bringen und die sind wie ihr seht an verschiedenen Spots hier ich bin jetzt einfach hier direkt unten hingegangen da sind genug auf den Koordinaten 55 76 und ja dann nehmen wir so eine Eulenz Target und unser überwintern drauf dann gehen wir hin und können die quasi einmal anklicken und kriegen so eine Feder und das können wir jetzt hier mit dem nächsten auch gleich noch mal machen auch wieder hin ihr könnt nicht immer wieder die gleiche erholen das ist ein bisschen blöd und sobald ihr 5 habt brauchen wir noch zwei weitere Materialien und zwar wir brauchen einen Seidenfaden den könnt ihr in irgendeinem Ugrimma oder SW bei einem Händler kaufen oder wie ich für 50 Silber im Auktionshaus und dann brauchen wir rund verzierte Krummrinde auf Rang 3 wenn ihr habt ein Auktionshaus oder einen Postkasten wo ihr das direkt kaufen könnt so habe ich das gemacht oder ihr müsst halt nach Waldracken zurückgehen und dann hier wieder hin in Waldracken ist aber zum Glück ein Portal und zwar falls ihr das nicht wusstet hier oben über der Bank gibt es ein Portal direkt wieder zurück also da könnt ihr euch dann vielleicht ein bisschen Zeit sparen gut jetzt haben wir alle Materialien wir können das einsetzen und dann haben wir hier Strähne einer Schlummer Eulen Feder das erste Mal war quasi mit dem Seidenfaden und das zweite Mal war mit dieser Krümrinde und dann haben wir jetzt hier mal der schlafenden Schlummer Eule die können wir einsetzen und dann müssten wir das nächste auch wieder aus der Liste raus haben und jetzt ist dann wieder eins weiter abgeschlossen dann bin ich freizuschalten wir haben wir einmal stilles Mal der Traumkralle stilles Mal des Traumhirsch stilles Mal das Traum Säblers und stilles Mal der Umberkralle und die werden wir uns jetzt alle einmal besorgen kosten pro Item insgesamt 500 Gold also eins zwei drei und vier und die können wir jetzt benutzen um auf Mobs zu kanonisieren und da müssen wir jetzt einen anderen Spot fliegen sodala wir sind jetzt an dem Spot wo wir das machen können und zwar hier auf den Koordinaten 49 48 und hier in dem Bereich sind diese ganzen Tiere die wir benötigen wir haben nämlich einmal hier die Hirschen oder Hirsche so rum und da können wir das dann einfach einsetzen wie ihr seht und dann kriegen die hier so einen Debuff und das müssen wir jetzt 10 Mal pro Mob machen also wir müssen Traumkrallen suchen Hirsche dann Traumsäbler und Umberklaue also das hier sind die Hirsche dann haben wir da drin die Umberklaue das sind quasi diese Mondbären das sind die hier wollen wir mal dass wir den erwischen ah ne das ist ein ungültiges Ziel umberklaue der geht anscheinend nicht vielleicht geht der schlafende ne der will auch nicht vielleicht dürfen wir auch nicht im Combat sein ne ok da muss ich mal gucken welche das sind so ich habe jetzt gerade meinen zehnten Hirsch quasi hier abgesaugt und dann gab es hier einmal mal des üppigen Traumhirsches da gehen auch die die einem feindlich gesinnt sind also da könnt ihr alle benutzen also damit haben wir schon mal die erste Gestalt und so wie ich das sehe noch ein paar andere Druids rum und naja wenn die die vorher absaugen muss immer 5 minuten warten also wenn ihr ein bisschen Konkurrenz habt müsst ihr vielleicht die kreise ein bisschen weiter drehen die Traumkrallen sind dann diese hier also die heißen ja auch gestreifte Traumkralle da habe ich jetzt hier ein paar gefunden und ja eben konnte ich die nicht einsetzen weil da auch wieder jemand vor mir gemacht hat dann kommt es trotzdem dass der vorher eingestimmt wurde aber ich kann das nicht auf ihn einsetzen also ich sehe leider nicht wie lang der das noch drauf hat weil das halt jemand anderer aktiviert hat auf dem dann habe ich jetzt auch die Traumkrallen fertig und zwar haben wir jetzt mal der blüten Traumkralle und ja da bin ich jetzt quasi hier hauptsächlich rumgelaufen da sind jetzt der andere der hier das noch gefahren hat ist gerade weggeflogen und hier sind schon ein paar tatsächlich gut dann habe ich jetzt auch das mal der lehmigen umbrach klaue das habe ich jetzt mit drei mobs gemacht die meisten zählen nämlich irgendwie nicht und so seht ihr eins zwei und drei die zählen und die sind einmal hier außen an diesem fluss dran koordinaten 47 44 habe jetzt immer fünf minuten gewartet da war mit einem anderen account was gemacht und die abgeklappert ihr könnt aber hier bestimmt auch server hoppen das ist sicher auch eine möglichkeit so und jetzt muss ich also wir haben hier einen dann haben wir hier hinten nebendran noch mal einen da ist auch noch einer ich habe die nämlich vorher vor fünf minuten schon einmal abgefarmt bevor ich ein bisschen mit den Twinks auch einen Traumsamen dran war um da noch ein paar drops rauszukriegen und da unten ist auch noch einer beziehungsweise es sind sogar sechs oder da oben liegt auch sogar noch einer habe ich verzählt ne ich glaube dann doch das ist der fünfte so dann haben wir das item und dann haben wir einmal mal immer grüner Traumsäbler und dann ist der auch raus gut jetzt werden es langsam ein bisschen weniger dann haben wir als nächstes ein mal was wir von einem rare erhalten können und zwar mal der Traum krallen materialchen und das habe ich jetzt von dem rare materialchen keva bekommen und die befindet sich hier unten auf den koordinaten 41 73 und zwar ist die hier einfach in der höhle drin ich kann mal ein bisschen rausfliegen also ihr seht hier haben wir quasi eine höhle und da kann sie spawnen die spawn zeit scheint aber relativ lang zu sein tatsächlich und die drop chance ist auch relativ gering aktuell kann ich euch nicht sagen wie hoch die ist aber auf jeden fall nicht sonderlich hoch genau das können wir jetzt mal lernen und schauen wir weiter dann schauen wir uns die nächste vorlage an und zwar haben wir jetzt da das symbol von handynotes vor dem raid wir müssen nämlich in den raid rein und da haben wir einmal die schuppe des prismatischen schwurbelwelses und dafür müssen wir einige steps erledigen also als allererstes müsst ihr in den raid rein in den raid hier getötet dann könnt ihr hier frei herum laufen ich habe jetzt eine clear id hier einmal weil ich vorhin schon mal den run gemacht habe im nhc ich vermute aber es müsste auch im lfr klappen gut als allererstes müsst ihr in den raid rein hier kommt er rein und dann lauft ihr hier unten dann haben wir gleich ein großes becken ich da könnt ihr mit einer klasse druid zum beispiel auch einfach durch steilfen und ja in diesem ersten becken müssen wir jetzt zehn besondere fische angeln und das waren glaube ich diese hier schon mal mit der mondfisch die haben wir jetzt hier in dem ersten becken geangelt also einfach hier drin es droppt nicht jedes mal einer angelskill dürfte jetzt eigentlich keine Rolle spielen es dauert ein bisschen bis ihr zehn stück habt und dann müssten wir hier den ersten und zweiten boss vorbei und nach links und zwar haben wir hier so lava und dann müsst ihr hier einmal hoch bis zu diesem boss in dem lava pool und hier könnt ihr in der lava auch fische angeln und das sind glaube ich diese erwachter sonnen fisch und die brauchen wir jetzt wir von beiden 10 und die können wir dann hier rein werfen und ihr seht ich kriege dann buffs und die stacken hoch diese buffs wir müssen jetzt beide buffs quasi auf 10 hoch stacken und dann müssten wir hier wo ich jetzt auch stehe wieder am eingang dementsprechend einen weiteren fisch looten können beziehungsweise angeln können so rum machen wir das mal also der eine hat 10 buffs 8 9 und 10 gut also 10 buffs haben wir und eigentlich sollte hier irgendwo ein schwarm erscheinen ah jetzt hat sich der buff hier geändert seht ihr das hat anscheinend nur ein bisschen gedauert und jetzt haben wir den schwarm ok und jetzt müssen wir quasi in diesen schwarm rein angeln und mal gucken wie viele cast das dauert also der ist eine halbe Stunde drauf ich hoffe wir müssen jetzt hier keine halbe Stunde angeln für die anderen fische musste jetzt auch schon ein paar minuten zeit investieren ah ok das war first try also da haben wir diesen fisch und diesen fisch müssen wir jetzt wieder reinwerfen und dann gibt es einmal hier die schuppe des prismatischen schnurwelses also ja ok das ging jetzt doch relativ gut das längste waren die zehn fische am anfang und quasi hier angeln und dann ging es jetzt eigentlich relativ schnell gut mehr ist es nicht dann lernen wir die auch und dann gucken wir einmal weiter dann haben wir das nächste mal wiederum von einem rare und zwar habe ich hier mal der zobelschwarzen traumkralle und das gibt es von einem rare der schimpft sich rista der tollwütige und dieser ist wie ihr seht in der hölle und der befindet sich hier auf den koordinaten 44 39 in dem Gebiet ihr seht da hinten können wir einfach in die höhle rein auch der hat eine relativ lange respawn zeit und das ding droppt ja auch mit einer kleineren drop chance wie hoch die genau ist kann ich euch aktuell noch nicht sagen aber es ist auf jeden Fall nicht 100% ich habe den jetzt einige Male umgehaut ihr seht da unten steht dran mit welchen Charakter ich rausziehen und zwar habe ich mir dasselbe hergestellt mit meinem Priester das ist mal des güldenen traumhirschers und das können wir über den inschriftenkundler bekommen ich habe das rezept auch in der neuen zone mit meinem priester bekommen ich meine es ist von dem rare gedroppt aber nagelt mich nicht drauf fest ich habe da viele gefarmt und wenn ihr das auch haben wollt das Ding ist seelengebunden also macht nicht den Fehler den ich gemacht habe ich habe mir das erst mit meinem inschriftenkundler selber hergestellt und dann gemerkt dass ich das nicht weiterschicken könnt ihr müsst einen arbeitsauftrag erstellen und zwar gibt ihr hier mal ein dann haben wir das ist das einzige mal des güldenen traumhirschern da klickt er drauf sind hier die paar mats dieses vlies ist ein kirchner ding auf der verbotenen insel müsste so ein scharf kirchner oder ihr kauft es euch im aha und ja dann arbeitsauftrag losschicken wenn dann öffentlich oder wenn jemanden kennt der es herstellen kann auch einen privaten oder persönlichen auftrag und ja mehr ist es tatsächlich nicht und dann können wir das Ding auch einmal lernen so dann habe ich gerade noch einmal bekommen und zwar mal des überwinternden runenbärs das kriegt man bei dem großen bär hinter mir arustor schimpft sich der und das ist der world boss der ist einmal hier auf den koordinaten 39 53 und den naja wie es bei world bossen so ist könnt ihr quasi einmal die Woche looten die drop chance von dem ding ist aber nicht sonderlich hoch ich habe den jetzt mit einigen dritt schon umgehauen die woche sonst auch ehrlich gesagt kein loot bekommen aber zumindest das manuscript journal add-on seht ihr sieht es jetzt schon ganz gut aus ein paar rare dinger sind noch drin und die werden wir uns jetzt dann noch im weiteren angucken so dann habe ich und auch der hat eine relativ lange respawn zeit und auch eine relativ niedrige drop chance dass er das ding droppt jetzt mit dauer campen und farmen auch unterstützung aus dem stream zum teil haben wir das ding bekommen und ich würde sagen auch das lernen wir und dann müsste es in den manuskripten hier schon relativ gut aussehen jetzt sind es noch ein paar rares die werde ich auch noch zeigen sobald ich die gedroppt bekommen habe dann kommen wir zum nächsten mal und zwar ist es wieder mal eins das von einem rare droppt das habe ich eben bekommen mal des scharfäugigen traum säblers und das droppt auch von einer netten katze hier das ist dieser rare hier scharf sichtiger shian schimpft sich diese katze und die haben wir einmal hier im grünen Traum auf den langen respawn timer das ist ein rare moment ich kann es euch hier vielleicht mal zeigen der läuft rum aber hat nicht eine wirklich große strecke seht ihr also das ist die strecke wo er rumläuft wenn ihr euch hier hinstellt seht ihr den eigentlich relativ easy das problem ist der ist sehr nah an dem world boss dran und dementsprechend fliegen hier ständig Leute hin und den muss man schon campen dass man den bekommt ich habe jetzt hier auch wieder mit einigen dritschars länger gestanden habe den einige male umgehauen also auch diese gestalt ist recht selten von der drop chance her und ja dann würde ich sagen gucken wir weiter zu den nächsten so dann haben wir das nächste mal und zwar einmal mal des tiefgrünen Boston Pets das gibt es einmal von dem rare der hinter mir liegt und zwar morga die faule diese befindet sich einmal in einer höhle und zwar hier auf den koordinaten 4071 und auch die hat einen sehr langen respawn timer teilweise bin ich hier zwei stunden aufwärts rumgehockt und habe auf sie gewartet spät nachts muss ich sagen ist es meistens immer ein bisschen einfacher wenn die vorher halt keiner weggekillt hat und jetzt zeige ich euch wo der höhleneingang ist also wir haben den höhleneingang hier seht ihr auf der map 3871 und hinten drin ist dann der rare wie gesagt teilweise über zwei stunden gewartet bis der gespawnt ist und die drop chance ist auch sehr gering ich habe das jetzt über die letzten tage mit einigen druids gemacht also ich habe ja 20-30 druid chars und ich habe den mit dem großteil der chars jeden tag umgehauen also das ist schon ein bisschen seltener tatsächlich gut dann haben wir das auch und ja jetzt ist bei mir noch eine rare ein rare und sobald ich das habe schauen wir uns den an dann kommen wir zum letzten rare drop und zwar haben wir das mal des qualmenden traumhirsches das bekommen wir von dem rare taltonai aschengeflüster und die ist ein bisschen blöder zum farmen die spawnt nämlich nur wenn wir druid mobs umhauen also diese druid der flammen das sind diese hier und sie kann an verschiedensten spots spawnen einmal haben wir hier unten ein paar spots also auf den koordinaten 64 70 dann 64 66 61 67 dann hier oben sind zwei spots 35 22 und 37 22 und ich habe sie auch schon hier mal spawnen sehen aber genau kann ich es euch nicht mehr sagen da müssten auch druid der flammen sein irgendwo hier in der ecke ich habe sie jetzt aber persönlich immer hier unten gefarmt und zwar am besten in der gruppe denn ihr müsst einen haufen mobs umhauen das kann schon mal einige minuten dauern also wenn ihr 10 leute oder so habt dann eine viertelstunde 20 minuten wenn ihr alleine farmt ein gutes stück länger ihr müsst quasi in dem bereich diese ganzen flammen druids umhauen ich bin mir nicht sicher ob die anderen mobs hier auch was bringen aber da sind schon einige und wenn ihr das farmt macht wenn dann selber eine gruppe auf also einfach unter benutzer definiert ich habe halt den rare namen bloß dass ich im warm mode off bin als gruppenname hier gewählt vorher waren wir so 10 leute und haben das gefarmt und ja das ist ein daily drop wie die meisten rares dementsprechend könnt ihr die einmal täglich farmen mit so vielen druiden wie ihr habt ich muss sagen die drop chance scheint ziemlich beschissen zu sein ich habe auf www.head geguckt da ist sie mit bisschen über 1% ausgeschildert heißt ihr werdet schon einige kills brauchen und ich habe jetzt die letzten tage eigentlich alle meine druids verwendet um das ding farmen zu können gut mehr ist es eigentlich nicht dann lernen wir das auch noch und dann können wir mal in die liste reinschauen also ich habe ja hier ein schickes addon manuskript journal schimpft sich das und da seht ihr jetzt haben wir die ganzen dinger bis auf zwei manuskripte die noch fehlen und zwar haben wir da einmal zwei stück aus dem raid und zwar haben wir feder des roten rauchmondes und dieses kriegen wir einmal aus dem lfr normal hc und mythic von tindral raschweise das ist ein raid boss und zwar wenn wir jetzt einmal reingucken in den neuen raid wo haben wir denn tindral raschweise das ist der vorletzte boss also das könnt ihr in allen schwierigkeitsgraden einmal farmen ich würde sagen da gucken wir jetzt auch mal nach was das für eine drop chance hat also laut wow hat hat das ding etwa eine 0,7 prozentige drop chance wir haben aber auch noch relativ kleine datenmengen heißt das wird wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben oder unten gehen ich vermute sie ist etwa bei 1% zusätzlich muss man natürlich noch bedenken dass wir jetzt nicht genau wissen ob diese chance nur auf druids bezogen ist oder auf alle spieler ich vermute auf alle spieler und dementsprechend hat man wahrscheinlich als druid eine höhere chance das zu kriegen neben dem gibt es noch ein zweites teil und zwar feder der lodernden schlummer eule das ist der mythic drop und den bekommen wir dann bei fyrrack aber nur im mythic modus und da vermute ich jetzt mal dass es eine 100% drop chance ist sicher kann ich es euch noch nicht sagen zum zeitpunkt der aufnahme des videos ja hat noch niemand fyrrack mythic getötet der progress geht da aktuell noch an oder hält noch an so rum und ja damit wären wir soweit mit den ganzen dingern durch das hier ist übrigens das addon manuskript journal eigentlich für die drachen manuskripte aber die haben hier auch einen tab für diese druid gestalten zwei stück hatte ich glaube ich jetzt noch vergessen zu erwähnen mal der aurora traumkralle und das hier mal der boreal traumkralle da sie es noch rausbringen die gibt es beide von einem händler die sylvia ist es flüsterblüte und die steht einfach hier im lager ich kann es euch mal auf map zeigen hier haben wir die auf den kontenaten 4962 und die verkauft die beide gegen eine saatblüte wenn ihr die nicht habt die saatblüten bekommt ihr quasi wenn ihr die quest macht einmal weekly kriegt ihr eine saatblüte und ja dafür müsst ihr einfach die quest abschließen indem ihr 5 samen einpflanzt mehr ist es nicht das könnt ihr mit 2 twings auch machen und dann könnt ihr beide kaufen da gibt es auch noch mounds pets und mehr gedönse ihr habt aber auch eine chance aus einem blauen oder epischen samen das gedroppt zu bekommen also wenn ihr eh für die quest samen einpflanzt habt ihr da auch noch eine chance das rauszukriegen juti jetzt müssten wir aber wirklich alle haben ich hoffe ich habe keine vergessen sollte es der fall sein schreibt es mir gerne in den kommentaren sollten auch noch fragen übrig geblieben sein schreibt mir auch gerne in den kommentaren und ja dann sind wir durch habt mich gefreut dass ihr dabei wart euer Tila bis zum nächsten mal ciao